Hallo Jasmin, willkommen zum Espresso con Paolo. Hallo. Ja, ich habe Kaffee dabei. Oh, das ist noch eine schöne Tasse. Was ist da drauf? Das Alphabet? Nee, das ist, ja, ich kann es immer nicht lesen. Superkali-Fragilist. Oh, ich weiß schon. Mary Poppins. Genau. Ja, ich kann es aber auch nicht aussprechen, aber ich weiß, was gemeint ist. Ja, also ich glaube, bei Mary Poppins ist da so eine große Tasche, aus der dann immer wieder was rausgezogen wird. Bei mir ist das große Thema die Tasche ja immer das Homeoffice, über das ich mich mit meinen Gästen bei Espresso con Paolo unterhalte. Und bei dir bin ich auf das Thema Datenschutz gekommen. Datenschutz im Homeoffice. Das würde ich jetzt mal aus der Tasche einfach rausziehen. Super, Karifaxi, du weißt schon. Genau. Und ja, mich würde mich interessieren, generell hat man ja das Thema Datenschutz sowohl im privaten Bereich, wenn man als Kunde irgendwo was zugeschickt bekommt, aber natürlich umso mehr auch in den Arbeitsverträgen oder im Business-Umfeld. Da würde mich natürlich interessieren, wenn du das tagtäglich machst, gibt es da besondere Vorfälle oder besondere Anekdoten, die dir da einfallen, wo du sagst, das hat zu einer ulkigen oder witzigen Situation geführt? Ja, ich habe mal ein Unternehmen, glaube ich, ziemlich in Panik versetzt. Also es tut mir ja auch immer, tut mir ja leid. Echt? Aber die haben mich immer eingeladen zu irgendwelchen Messen und das waren halt auch so IT-Messen. Und ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich mich da irgendwo eingetragen habe. Und das ist ja immer so, dann hast du irgendwie so Jahre vorher dich irgendwo eingetragen und kannst dich einfach nicht mehr daran erinnern. Und dann hatte ich damals da so hingeschrieben, so ja, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich mich eingetragen habe. Warum bekomme ich denn diese E-Mails? Weil geografisch, das war so Bayern und ich bin ja mehr im Norden Deutschlands. Und da habe ich so gedacht, das liegt jetzt nicht so auf der Hand. Und ich habe das damals noch so mit, ja, viele Grüße, Jasmin Liefering und dann stand da unten immer noch so Datenschutzbeauftragte. Das war so 2018 auch und das hat mich so getriggert. Ich habe da dann die E-Mail vom Geschäftsführer gekriegt und der meinte so, ja, wir haben Ihre Daten gelöscht. Es tut uns leid, dass wir Ihnen das zugeschickt haben. Und ich habe gedacht, das war jetzt gar nicht irgendwie notwendig. Ich wollte es einfach nur mal wissen. Aber auf die eigentliche Frage habe ich dann trotzdem keine Antwort bekommen. Aber da habe ich so gedacht, wow, das Datenschutzbeauftragte nimmt es immer besser raus. Wie muss ich mir so einen typischen Kunden oder eine typische Organisation vorstellen, mit denen du zusammenarbeitest, als wahrscheinlich meistens als externe Datenschutzbeauftragte oder in welcher Form arbeitet ihr dazu? Ja, das ist unterschiedlich. Also ich habe zum einen Teil natürlich den Bereich externe Datenschutzbeauftragte. Das ist meistens bei Unternehmen, also die sind alle stark digitalisiert. Das ist schon mal der Grundstock. Ich habe zum Beispiel wenig, also gar keine Industrie. E-Commerce habe ich auch relativ wenig. Und was so bei mir so hängen bleibt, das ist so die ganzen SAS-Anbieter, so was Tools angeht, Plattformen, das Werbeagenturen, dieses Jahr ganz stark mit Online-Messen durchgestartet. Also die haben praktisch das, was sie vorher offline gemacht haben, jetzt online gebracht. Was ist da so ein Tipp, wo du sagst, wenn man da aufpasst, dann ist man schon auf einem guten Weg? Ja, generell, also was ich jetzt dieses Jahr viel erlebt habe, ist, wenn Unternehmen erstmal klein starten und dann läuft der Datenschutz so nebenher. Das läuft so nebenher, das entwickelt sich praktisch mit. Und wenn dann so auf einmal so ein Umsatzbooster kommt, so wo auf einmal jetzt alle sind in Homeoffice, alle sind Corona-bedingt, können nicht mehr reisen und jetzt kommen die ganzen Online-Angebote. Das sind ja ganz viele Unternehmen, die auf einmal online gegangen sind oder versucht haben, ihre Angebote online zu bringen. Und dass dann halt ein ganz anderer Datenschutz auch vonnöten ist. Also von diesem, weil so man wächst dann praktisch so aus den Kinderschuhchen raus und hat dann auf einmal ganz andere Herausforderungen auch mit den Kunden, weil die dann halt, ja, wenn du andere Kunden hast, halt immer auch andere Fragen stellen, viel mehr Hilfe einfordern, viel mehr auf ihre Rechte, die so in Auftragsverarbeitungsverträgen so drinne stehen, pochen und, ja. Also in der Skalierung, sagen wir mal, kleine Kunden, kleine Fragen, große Kunden, große Fragen. Und wenn man selbst dann sozusagen seine Reichweite, seine Dienstleistung, einer größeren Klientel zugänglich macht, dann kommen natürlich auch größere Kunden auf einen zu und die haben natürlich dann eine Rechtsabteilung und die haben dann Fragen, die einen wahrscheinlich dann überfordern. Ist das so der Weg, den du beschrieben hast? Ja, letztendlich schon. Und manchmal ist es auch, ist es gar nicht so, dass es eine Überforderung ist, aber manchmal spricht der Kunde und der Auftragsverarbeiter einfach auch eine andere Sprache. Also ich hatte das einmal, da stand im Auftragsverarbeitungsvertrag was von Tracking drinne. Und der Kunde meinte, es würde sich um Online-Tracking jetzt auf Webseiten und sowas handeln. Dabei war aber eigentlich eine Geolokalisierung gemeint. Und das war, also da haben wir lange reden müssen, bis das verstanden worden ist, dass das hier jetzt nicht das Tracking ist, aber was er meinte, sondern etwas anderes ist. Und das ist manchmal, sind das so Kleinigkeiten. Das ist so, die Kleinigkeiten können halt manchmal großen Schluck auch verursachen. Dann würde ich an der Stelle mich erstmal schon mal bedanken. Mein Espresso ist ja immer sehr wenig Flüssigkeit. Ich danke dir. Ich glaube, wenn es in den nächsten Wochen und Monaten nochmal Fragen gibt, dann werde ich nochmal auf dich zurückkommen. Und bedanke mich erstmal für die Zeit und für die Auskünfte heute. Und wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende. Danke dir. Ja, danke dir auch. Danke dir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017